Und Ihnen noch mal einen schönen guten Morgen an diesem Montag. Und wir gehen gleich raus ins Café. Wir haben heute zwei junge Männer zu Besuch aus Australien. Der eine Mitri ist, glaube ich, sehr gut an der Gitarre. Das sieht man schon. Und der andere hat so gut wie nichts in der Hand, denn er braucht eigentlich nur seinen Mund. Ja, so ist das. Wir sprechen von Jamie McDowell und Tom Thumb aus Australien eben. Und die beiden sind ja absolute Helden bei YouTube. Zig Millionen Mal ist ein Video runtergeladen worden von Ihnen beziehungsweise angeschaut worden. Und was die drauf haben, diese Jungs, das schauen wir und hören wir uns jetzt an. The Sum of It, hier sind sie, Jamie McDowell und Tom Thumb. The Venom in the end of the door, ooh, yeah. The Venom in the end of the day. Kannst du mir gefallen, du, can you say something, like in a beatbox language, back to my colleague Dunia, something like this, yeah, so. Back to my colleague, take it away. Wow, bei der Musik denkt man doch immer, die schummeln, irgendwo ist doch irgendwie noch ein Kassettenrekorder, wo irgendwie alles abgespielt wird oder so, ist echt faszinierend. Jetzt haben wir noch zwei Tassen für Sie, die Telefonnummer für richtig oder falsch ist die 01371 37 3839. Und jetzt zum letzten Mal für heute, jedenfalls von Berlin nach Mainz. Guten Morgen, Carsten. Ja, bei mir sind Jamie McDowell und Tom Toom. Good morning again. And you are the beatboxer. You are, I would say, highly gifted. When did you realize that? Also wann hat er festgestellt, dass er so ein wahnsinnig großes Talent hat? Ah, it wasn't so much a realization that I had talent, it was a realization that I had patience to put 15 years of making weird noises on a stage. Okay, er hat also sehr viel Geduld bewiesen, vor allen Dingen 15 Jahre hat er gebraucht und trainiert, bis er das wirklich festgestellt hat, all diese Geräusche zu machen. And how do you keep your voice box, also den Kehlkopf, how you keep this fit? Lots of stretching. Seriously? Ich habe mich gefragt, wie er den Kehlkopf fitter, dann sagt er, mit viel Dehnung. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Nein. Just practice and lots of exercises, vocal, kind of like, mmm, mmm, and just practicing things. Okay, dann heulen wir uns das einfach an. Ich bin total fasziniert. Thank you so much for coming. Heute Abend, genau. In Kreuzberg im Auster-Club, nächste Woche in der Schweiz live. Und jetzt hier, Jamie McDowell und Tom Pfarr. Bis morgen. Applaus Feet to floor Feet to floor Like a strong old soul So it's so fit to walk Your feet to ground With a bare foot so the dead track can't be weak wound Body to earth Like a jungle baby Born of skin and dirt Feet to floor With a clear, not so manic anymore Sometimes these rose and tapen Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Danke schön, vielen Dank.